Hi Leute, hier ist mal wieder euer Doc. Eigentlich sollte hier jetzt ein Geeky Friday Video kommen. Letzte Woche hat das nicht hingehauen, weil mir das Thema fehlte. Diese Woche hatte ich ein Thema. Aber gestern habe ich mitgekriegt, dass Terry Pratchett gestorben ist. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, das belastet mich ziemlich. Deswegen, nimm es mich nicht krumm, aber heute gibt es nur das hier. Pratchett war für mich ein ziemlich wichtiger Autor, ein Autor, den ich bewundert habe. Für das, was er geschrieben hat, für das, wie er geschrieben hat. Und auch, dass er, nachdem er wusste, dass er Alzheimer hat, erst einmal nicht aufgegeben hat, sondern gekämpft hat. Er soll laut Verlagsangaben gestern friedlich in seinem Bett entschlafen sein, im Kreis der Familie. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite gönne ich es ihm, dass er jetzt von seinem Leiden erlöst ist. Und andererseits bedauere ich einfach, dass es nun keine weiteren Bücher mehr von ihm geben wird. Und natürlich auch, dass er, naja, sterben musste. Ich bin er normalerweise nicht so, aber Pratchett war für mich schon irgendjemand besonderes. Und, ja, deswegen müsst ihr heute mehr oder weniger das hier ertragen. Das ist es dann auch schon. Rest in Peace, Terry Pratchett.